YouTuber auch, also bin ich nicht der Einzigste. So, ich hoffe das passt von den Sounds alles, ich musste schon einmal einen Computerabsturz hinnehmen und da hat das ungefähr so gepasst, jetzt habe ich das wieder so hingestellt und ja, gut Ich bin der Summer Gamer 14, wie ihr im Informationsvideo schon gemerkt habt, was der Jack schon hochgeladen hat, bin ich für die Rennspiele und so verantwortlich und Strategie natürlich und da es hier kein Let's Play dazu geben wird, mache ich ein Let's Play zu Need for Speed Rivals und